So, ich habe ja schon ein anderes Video gemacht mit den drei Rennen des Daily Bs heute. Es war soweit, mein erstes Mal. Kimi Velocini, seht einfach selbst, warum ist der Typ ein A-Hole? Hier dachte ich noch, okay, normaler Waste-Accident, aber er kriegt ihn wirklich mit Absicht weit raus. Er kriegt aber auch, jetzt versucht er mich halt auch, ich lasse hier viel Platz. Trotzdem kommt er natürlich rein, aber das ging noch. Das ist noch okayes Fahren. So, jetzt guckt er es mal. Er hat mit Absicht. Das ist gut für mich jetzt in dem Fall, aber was soll das? Warum macht er das? Er fährt ja wirklich schnell, er hat das gar nicht nötig. So, Achtung, nächste Aktion. Jetzt hier, er hätte doch genug Platz gehabt, ihn da normal zu fahren, aber er muss ihn halt raus drängen. So, ich hänge jetzt eigentlich einen guten Kampf mit ihm hier, kommen da aber nicht wirklich vorbei. So, jetzt kommt's. Da, versucht er den Justin rauszudrängen. Kommt jetzt weit raus und jetzt wird's, ich weiß nicht, er wartet sogar irgendwie auf den Kunden, er will den versuchen, jetzt wegzudrängen. Und diesmal geht's für ihn komplett schief. Absolut gut für mich, aber wir gucken uns das nochmal aus seinen Schiff. Hier, schiebt er ihn mit Absicht weg. Hier schiebt er ihn mit Absicht raus. Und jetzt verstehe ich ihn halt überhaupt nicht. Ja, ich will er hier mit Absicht nochmal rausschießen. Und da ging's halt schief. Jetzt gucken wir uns mal an, wie's fair geht. Er versucht ja vorbeizukommen. Ich lass ihn da auf Platz. Aber er fährt jetzt halt nicht so sinnlos rein. Das hat er sehr, sehr gut gemacht. Ja, völlig normal, ist okay. Aber er lässt mir jetzt halt hier den Platz, dass ich raus... Ne, warte mal. Ach, jetzt komm ich ja hin. Das sieht er halt, ne? Und dann... Super, das ist so fair gefahren. Echt gut. Na gut, dann haben wir nämlich das Rennen gewonnen. Und jetzt gucken wir uns die anderen beiden nochmal schön an. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.